So, schon geht's weiter, Kinnistermister, wieder auf Tour. Wir machen heute mit zwei Kollegen mal so eine kleine Tour in die Umgebung. Und ich habe jetzt extra mal Aufnahme gedrückt, damit wir nochmal so ein bisschen Tunnel kriegen hier. Wir haben da einmal meinen Kollegen auf einer Honda VT1100 und einmal einen auf einer Aprilia F650. Das schöne Wetter lockt uns alle. Aber anscheinend auch die Autofahrer. Sonst wären hier nicht so viele. Ich muss in den Lücken hüpfen. Ja, krach ist doch was wunderbares. Das war's. Das war's. Yeehaw! So, heute soll es nach Ditzum gehen. Ditzum ist ein kleines Fischerörtchen. Wie man sieht, 14 Kilometer noch entfernt. Ein bisschen haben wir noch vor uns. Zwischendurch werde ich dann die Aufnahme auch mal dann weglassen, weil es wird dann doch langweilig und nichts Interessantes passiert. Sollte ja schon irgendwie ein bisschen Content sein, der auch mal irgendwo interessant ist. Geht jetzt ziemlich über Land hier, die ganze Strecke. Ditzum ist auch bekannt für einen kleinen Fischereihafen. Da wurden früher viel Krabben gefangen. Oh, komm, wir ärgern. So, wir haben ein Cargolet, ist das aber ordentlich laut. Ja, und keine Panik, das ist keine Industrieanlage mitten im ostfriesischen Raum. Tag, Kollege. Das ist eine Gaskaverne. Da wird schön Gas gesammelt. Damit wir immer schön was zum Heizen haben im Winter. Ja, die haben aber jede Menge Mähroboter, was? Ich habe ja schon drei Stück gezählt. Ja, ist das ein Ausblick, Leute? Weit gucken ist hier angesagt. So, mach jetzt erstmal wieder aus. Mach kurz bevor wir... in das Fischerdorf reinfahren. Machen wir dann die nächste Aufnahme. Leute, ich würde sagen, dann bis später. Ciao. 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 Ciao.